Wusstest du, dass Frauen je nach Kulturkreis die Wechseljahre völlig anders erleben? Während zum Beispiel europäische Frauen den Übergang in die zweite Lebenshälfte als sehr schweißtreibend und anstrengend empfinden, kennen asiatische Frauen all die typischen Wechseljahresbeschwerden wie beispielsweise Hitzewalungen und Stimmungsschwankungen überhaupt nicht. Wie kann das sein? Nun, Wissenschaftler, die dieses Phänomen untersucht haben, sind zu dem eindeutigen Schluss gekommen, dass hierbei die Ernährung eine zentrale Rolle spielt. Asiatische Frauen essen nämlich sehr sojareich und sojareiche Lebensmittel beinhalten unter anderem Isoflavone. Und genau diese Isoflavone machen den großen Unterschied. Bei den Isoflavonen handelt es sich um spezielle sekundäre Pflanzenstoffe, die strukturell dem weiblichen Hormon Östrogen sehr ähnlich sind und damit den Rückgang der körpereigenen Östrogenproduktion ausgleichen können. Deshalb werden Isoflavone häufig auch als Pflanzenhormone, sogenannte Phytoöstrogene, bezeichnet. Da in Europa eher selten Isoflavone-reiche Lebensmittel auf den Tellern zu finden sind, kommen die europäischen Frauen leider nicht in den Genuss dieser wunderbaren Substanz. Und das ist der Grund, weshalb wir Woman Number One entwickelt haben. Dieses Produkt hilft mittlerweile seit gut 20 Jahren, Hunderttausenden von Frauen ihre Wechseljahresbeschwerden auf völlig natürliche Art und Weise zu beseitigen. Völlig egal, ob es um die typischen Hitzewallungen, die Antriebsschwäche, die Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Osteoporose, Schlafstörungen, schwache Libido, Hautalterung, trockene Haut, Gewichtszunahme und so weiter geht. Mit Woman Number One kann man wirklich sagen, Tschüss, ihr nervigen Wechseljahresbeschwerden. Hierfür haben wir in Woman Number One die edelsten und bekanntesten Isoflavone aus dem Garten von Mutter Natur vereint, nämlich Isoflavone aus der Pflanze Rotklee, aus dem chinesischen Engelwurz, aus Mönchspfeffer, Himbeerblatt und aus dem Hopfen. Wichtig zu wissen ist, dass all diese hochwirksamen Frauenwirkstoffe in Woman Number One in hochdosierter Form und als Extrakt vorliegen. Wir bevorzugen Extrakte, weil sie grundsätzlich stärker und besser als die gängigen Pulvervarianten wirken. Zudem enthält die einzigartige Woman Number One Rezeptur echten Walnussextrakt. Walnüssen wird nämlich seit langem nachgesagt, unter anderem gegen eine zu hohe Schweißproduktion in den Wechseljahren zu wirken. Selbstverständlich befinden sich in unserer Produktrezeptur aber auch wichtige Vitamine wie zum Beispiel das Vitamin B6, das unter anderem zur Regulierung der Hormontätigkeit sowie zur normalen psychischen Funktion beiträgt. Oder das Vitamin B12 auch interessant zu nennen, das bei Stimmungsschwankungen zu einer ausgeglichenen Psyche beitragen kann. Bei der Entwicklung der Rezeptur von Woman Number One wurde zudem auch ein weiteres wichtiges Thema berücksichtigt, nämlich der häufig bei Frauen während oder nach den Wechseljahren zu beobachtende Rückgang des Kalziums in den Knochen. Kalzium ist aber wichtig, weil es unter anderem für die Erhaltung normaler Knochen und gesunder Zähne benötigt wird. Es ist daher relevant, gerade während und nach den Wechseljahren auf eine ausreichende Zufuhr von Kalzium zu achten. Und deshalb enthält Woman Number One eine extra große Portion von diesem wichtigen Mineral. Damit der Organismus das Kalzium aber auch in das Knochengerüst einbauen kann, enthält unsere einzigartige Rezeptur zusätzlich die hierfür wichtigen Vitamine D3 und K2. Diese Vitamine sind nämlich zur Aufnahme und der Verwertung von Kalzium von allergrößter Wichtigkeit. Lange Rede, kurzer Sinn, du wirst spüren, dass wir mit Woman Number One ein äußerst ausgeklügeltes und innovatives Produkt für Frauen geschaffen haben, die sich in den Wechseljahren befinden. Erlebe also diesen Lebensabschnitt als das, was er tatsächlich ist. Eine spannende Zeit für einen Neubeginn.